Ich gehe in den Urlaub. Machst du mit Funk oder ohne? Ich mache noch mal mit. Das letzte Mal. Einfach zur Sicherheit, weil ich auch eine Aufgabe mehr habe. Auf jeden Fall. Es ist noch weniger. Okay. Zuerst den Brustschutz zu. Ja, gut. Kannst du da mal wieder gucken? Meinst du? Ich muss mal alles merken, es gibt Menschen. Ja. Das ist richtig. Ich weiß nicht. Bescheid nicht. Das ist richtig. Ich hab das mal gesehen. Du hast mal gut gehen. Obel! Obel! Er hat aber klein genug gelassen. Er hat aber klein genug gelassen. Ja, ja. Wir sind an die Tankstelle. Wir dürfen nicht anders bei Fallschulstringen oder Luftfind. Ja, sind ja da los. Die können jetzt anders. Ok, die Oskar Lima lässt an. Genau. Oh, oh! Olli, es tut mir leid. Ja, ich hab verloren. Ich hatte recht gedacht. Ich bin da unten. Ines, hast du gut gemacht. Ach ja, hast du deine Hand rein. Sehr schön. Na komm, dann geh mal rein. Ich bin da oben. Hier liegt mal hier. Robert hat in der G. einer in Kontrolle gemacht? Kann ich hier mal loslassen? Ja, ja, ja. Das ist der Radio, der zum Ende des Weimbaus. Der ist doch lieber den Weimbaus oder? Der ist doch lieber den Weimbaus oder auch los. Der ist doch lieber der Weimbaus. Der ist doch lieber den Weimbaus. Der ist noch nicht kurz. Und dann nimmst du die Schleife, die höchsten, so gerade, weißt du, und die, so, so, das ist der Schleife, so eine Wäscheleine, sodass das dann nicht hier so rumpitzelt und alles dann durcheinander ist. So nimmst du den Schirm besser, ja, wenn du richtig gut bist, dann ist das natürlich die Besse beeilen. So, so, ich bist im Slider. So, so rum, ja. Ja. Achso, und dann kann ich hier... Erst mal locker. So, noch mal. Ja, so nimmst du den Schirm aus und dann ein bisschen die Leine glatt. Genau, und dann gehst du die Stück zu den Ösen ran und dann kaufst du die Stück wieder. Gut. Machen wir das nicht. Uuuuh. Hallo. 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 Die Kirche ist in der Nähe der Flusskirche in der Nähe der Flusskirche. Na Ines, klappt es? Ja, hier geht es immer schwer. Der Gott ist schwer, der mein Gott. Ach so. Also es ist an dem Gott, der schwer zu lösen ist. Hast du dir verdient? Ich habe dich auch nicht. Ja, weil ich hatte ja so ein Bier.